Hallo Leute und herzlich willkommen bei Final Fantasy 7... Roman... Yo... Schön euch wieder zu sehen im letzten Part... ...sind se 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 se... ...schissen – es ist so viele Sachen passiert ...und jetzt werden wir endlich die Story über das Spiel banget enjoying. Aber es ist sehr spannend Jungs und Mäd- ...ja, Mäd- ...ja, es stimmt. Und jetzt machen wir mit der verdammten Story-Sense... Ich will nicht wieder reden... ...verläss' dich auf uns, dass wir Shinra verändern. Ich hoffe, dass du mir weiterentwickeln möchtest. 100% Das heißt, du kannst eigentlich Waffen wechseln, wenn du Bock hättest. Ich suche gleich wieder wahrscheinlich. Dann machst du gleich, oder was? Naja, komm, wir wollen mit der Story jetzt weitermachen. Endlich, wo geht's jetzt hier? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da, glaube ich. Muss wir nicht weiter hoch jetzt bei den Treppen? Cloud? Hä? Du bist Cloud, richtig? Holy shit! It's cool, bro. We went through training together. Damn. So you're still alive and kicking, huh? Some of the guys heard you got smoked. But I told him it was all bullshit. Hey, sit tight, man. I'mma go get Kunso. I'll be right back. My nuts. Old buddy. You're okay? Yeah. But you were just... I'm good. Let's keep moving. Ich hab einfach Gänsehaut bekommen gerade. Interessant. Kann man schlecht erklären für die Leute jetzt aber. Kann ich nicht erklären. Ich hab mein Herz rast grad. Bisschen, ne? Ich muss erstmal... Okay, weiter geht's. Der schläft, Alter. Ja, die sind bestimmt müde, Alter. Die müssen bestimmt rund um die Uhr arbeiten. Entschuldigung. Ich soll hier hin? Hä? Oben, oder was? Ne, du musst da oben. Du musst, glaub ich, wieder da. Aber warum kam die Katze nicht, als ich runter wollte? Das heißt, ich muss auch hier unten irgendwas machen, oder? Wait, ich bin confused gerade. Geh mal auf. Ja. Nein, du musst wieder raus und die Treppen hoch gehen, Digga. Auskundschaftung. Die ist ganz wahnsinnig. Genau, Schlüpfe in der Herren-Talette. Das ist voll falsch. Warte, die ist ganz wahnsinnig. Warte, die ist ganz wahnsinnig. Die kommt nicht... So willst du, willst du, willst du, wo die ist? Hier ist die. Wir sind 63. Etage, ne? Das macht keinen Sinn. Sag ich doch, wieso musst du da hoch gehen? Dann musst du nicht. Nicht da hoch. Musst du nicht. Du musst nur da durch hier gehen. Du musst kurz wieder raus gehen und dann rein hoch. Alter, zwei Leute sagen gleichzeitig, wo ich hin soll. Was ist das jetzt? Geh durch die Tür? Geh durch. Ja. Ich vertraue, die Narrative ist intact. Rock solid. Die Leute haben die Wu-Tai-Avalanche-Konspiratie vollständig genutzt. Ich habe fast zu glauben, dass ich das selbst selbst glaubt. Wutai-Aval ist. Wutai-Aval ist. So far, nichts. Und wenn die Kerrigs reagieren, alle besser für uns und unsere Geschichte. Sehr gut. Dann werden wir auf der Straße bleiben. Wenn ich das so mache, Herr. Es war ein anderes Problem. Oh? Oh. Ein Messer von unserem Mann Palmer. Dammit. Barrett. Ja, ja, ich weiß. Wir kamen hier, um zu retten. Das ist unsere erste Priorität. Das ist richtig. Wir bekommen nur eine Chance. Hojo sollte an diesem Bord-Meeting sein, also das wird uns ein bisschen Zeit bekommen. Wir müssen das richtig planen. Wir müssen das richtig machen. So. Durch die Kämpfe... Benutzen wir die gleichen Fahrschule wie der Präsident? Ja. Durch die Kämpfe können wir jetzt hier den Aufzug benutzen. Oder? Geht das nicht? Die hat keinen Bock. Müssen wir nicht den Aufzug benutzen? Du kannst doch einfach hochrennen. Funktioniert sowieso irgendwie nicht, keine Ahnung. Schau doch. Du kannst durchschalten, ja. Hier oder was? Links. Links. Rein und links. Du musst das so sehen, Digga. Da. Da, Alter. Das sehe ich doch gar nicht. Ich guckst und so langsam darüber schwenkst und ich denke so, ja, okay. Wie ich langsam überlegt habe, so. Das ist das so. Das ist das was. Das ist die Konferenz-Rom. Das ist die Konferenz-Rom. Das ist die Konferenz-Rom. Echt? Ich hab's nicht gesehen! Auge auf, Maze! Ja, ich muss, ich bin noch irgendwie... ...von der einen Katze ein bisschen gecheckt. Von, ey, die haben einfach Kunzel angesprochen, Mann! Ich weiß! Was ist der Plan? Ein bisschen Recon. Du musst einen Weg finden, um diese Wohnung zu infiltraten. Du hörst die Worte, die aus deiner Mache kommen. Wir müssen nur diese Wohnung finden, damit wir in den Airduct. Schaue jemanden hier. Sie können uns in die richtige Richtung stellen. Nein, danke. Wir können es uns selbst finden. Ein wichtiges Meeting ist in Session. Wir haben keine Staffel. Und so was. Dann ist hier noch was. Das geleuchtet? Nein. Du hast dich hier wahrscheinlich auch richtig doll umgeguckt. Was ich dich kenne. Ja. Einmal rumgerannt, überall und... ...alle angesprochen und der einen zugehört. Pff. Kann ich dich auch fragen, würdest du nicht lieber Dienst schieben? Ich bin nicht mehr zu sehen. Ich ging zum Skypen Hall. Ja, was ist das? Du hast eine Produktion gespielt in der Medien? Ja. Du hast eine Recon? Ja. Wisst ihr was ich mich gerade frage? Ob wir diesen Typen den Zug wieder sehen? Der arbeitet doch wohl auch hier, oder? Hm? Ach. Er meint den, der immer im Zug war und Barret genervt hat. Sodass Shinra immer geil ist und so und dann hat... Ach. Ob der... Vielleicht ist der ja... Der muss ja eigentlich, ne? Ich muss hier arbeiten, ne? Eigentlich müsste er hier arbeiten. Und ich wurde ja gefeuert. Oder das? Ich sehe einfach nichts. Es ist zu dunkel. Ich will hier nichts verpassen. Von da sind wir jetzt gekommen, ne? Gut. Wir waren jetzt in jedem Raum drin. Das heißt, wir müssen hier hin. Oder? Siehst du ja, wenn du da reingehen kannst, du Toilette. Hier. Ah. Das ist wahrscheinlich die Damen-Toilette. Ich darf eigentlich nicht rein. Ich darf eigentlich nicht rein. Ich weiß. Ja. Das ist extra ein paar Mal, wo ich dachte, dass sie mich vielleicht beleidigte. Aber naja. Tut sie nicht. Immer das gleiche. Huh? Du kannst hier nicht sitzen. Tifa. Es wäre besser, wenn du in der Mitte wirst. Vielleicht. Vielleicht. Aber das ist... Oh. Nevermind. Du bist richtig. Oh, danke Gott. Niemand ist hier drin. Ich liebe ihnen, was die unten unten sehen. Komm schon. Lass uns den Dach finden. Auf geht's. Es müsste irgendwie... Ja. Haha. Da haben wir schon gefunden. Hey. Sag jetzt nicht mit der Seilpistole. Ja. Einfach mal hinten. Gotcha. Hallo. Schau. Wie viel Barrett da hoch, frage ich mich. Du kannst dich doch gar nicht festhalten. Mit dem einen Arm. Ja klar. Du musst den Arm einfach immer auf... Anstechen so. Und das hier so. Schau. Ich... Ich bin... Ich bin... Genau. Also... Kann ich mit dir gehen? Ich will nicht mehr hier sein, als ich muss. Hm. Ja, sicher. Just follow behind. Wie früher, Mann. Das ist so geil. Die Musik ist auch gut gewählt hier. Und du schiebst einfach so vor der Toilette, Digga. Ja. Kannst du nach rechts? Kann ich? Mhm. Kannst du. Was ist da? Nichts. Ist echt nichts? Hör auf zu lachen und sag was! Ja, das ist echt nichts. Toll. Viel Spaß beim zurückgehen. Du kannst nicht umdrehen. Bist du der Einzige, der das sowieso lustig findet? Irgendwie schon, ja. Ich glaub so. Mich erinnert das eher an Dings, Mann. Heavy Rain. Mhm. Achso. Wo er da durch die... Beweg dich bitte! Geh nach vorne! Wieso geht der nicht? Guck mal. Geh weiter nach hinten. Jetzt nach links. Boah, was für eine behinderte Steuerung ist das, Alter. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ja, ist jetzt. Ne? Guck, sie gehen raus an alle, die Heavy Rain gespielt haben. Und da kannst du jetzt spannen. Ach, das ist schon gleich hier, oder? Ne, ist der andere. Ich bin sicher, dass sie sicher sind. Aber wir leben direkt bei Sektor 7. Und ich kenne und kenne und kenne. Aber ich kann immer noch nicht durchgehen. Ich habe gehört, dass alle Telefonleine aufhören. Das bedeutet nichts. Bist du sicher? Ich bin sicher. Er wird ziemlich jagen. Du musst doch wirklich den Moment versauen, Alter. Ja, dafür bin ich hier. Wenn die sammelt, haben die vielleicht auch schon die Sektor zurück. Ja, ich bin ja. WTF? Ich habe doch noch nie einen Typen gesehen, der so festhält und dann auch an den Haaren so komisch. Ich bin sicher, dass wir die Sektor-Präsidenten haben. Depending auf die Bord's decision, wir können zwei Projekte gemeinsam beginnen. Rebuilding die Plate und die Stadt. Die Mitglieder der Urban Planning Division werden sicherlich auf beide Punkte bemerkt. Direktor Tuwesti hat die Team zu kommen mit drei, fünf und zehn Jahre Planen. Each Team muss mit ein Detail-Proposal und Schnelles. Wir werden müssen viele Zeitungen in das, also wir müssen mit ASAP beginnen. Wer hat einen Fragen? Wenn nicht, dann warten wir den Direktor zurück. Wenn da irgendwas ist, eine Materie oder so vielleicht. Ja, ja. Na komm. Geh da hin, geh nicht zurück! Bruder muss los! Wo man muss groß? Ich habe mich so verarscht vorgekommen, als ich dann erstmal, ich gehe da hin und Ding mir so. Das ist nicht, das ist nicht verarscht, ne? Ich gucke da links wieder auch nicht. Dann nochmal HP+. Eppisch. Ich habe mich so gefreut, als es das war, ne? Ja. Das habe ich aber bestätigt. Das hätte ich einfach nur geheult. So ist es halt, ne? Also jetzt war eine Scheiße, die wäre ich nicht mehr gewesen. So, und jetzt zurück. Ich habe das so ewig für gewonnen. Zurück? Ja. Und jetzt nach rechts. Ja. Was für eine schlechte Steuerung. Jipp. Danke, Square Enix. Aber jippiep. Aber jippiep. Aber jippiep. Aber jippiep. Aber jippiep. Ich schau es erst jetzt, Alter. Oh man, ne. Ich muss Avatar wieder gucken, Alter. Ich habe es dreimal gesehen. Drei Mal? Ich habe es fünfmal gesehen. Aber jippiep. Aber jippiep. Ja. Komplett. Aufgepasst. Was? Aufgepasst und nichts anderes gemacht. Ja. So. Ein guter Charakter, Ray. Ich schicke dich weg. Ich sage dir, ich habe ihn gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Sauntering nach dem Korridor. Wir haben keine Zeit für dieses Nonsens. Er war so nahe zu mir wie du jetzt bist. Der Schock hat mich verletzt. Ich spiel meine Teile. Enough, schon. Wenn es da gibt intruders in das Gebäude, dann meine Männer mit ihnen. Aber Herr Präsident. Herr, ich versuchte dir. Du... Reeve? Sir. Ich habe die Damage Assessment für Sector 7. Und ich bin afraid die Figuren sind catastrophisch. Spare uns die Doom und Gloom. Uh... Was there anything else? Uh... Well, Sir, I've also drafted a reconstruction plan. For... Huh? Not with the Ancient in our custody once more. Uh... With respect, Sir, I don't see how... Two words, Reeve. Uh... Neo Midgar. Hm. In their Promised Land, we will build a new Mako-powered Metropolis. Mr. President, we still don't know for sure that the Promised Land even... Uh... 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 Professor Hojo. The test results were within expectations. The specimen is somewhat lacking compared to her pure-blood mother, but for our purposes, she should more than suffice. So she can lead us to the Promised Land? Well, Mr. President, that remains to be seen. I would like your permission to secure her cooperation through more forceful means. Forceful, yet gentle. She is a precious resource that must be handled with care. Personally, I've never had a problem with torture. My armory is at your disposal should you require anything. I... had something more psychological in mind. Better to scar the psyche than mar the flesh. Oh! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Proceed as you see fit. However... ...you will not make the same mistake twice. Is that clear? If I may, Mr. President, I have an idea how we might mitigate the risks. Simply put, We could have the Ancient. Reproduce. In the absence of a second specimen, we would need to identify an alternative mate. I would start with candidates from Soldier. These would, of course, include S and G types. Quite frankly, there's no telling what kind of properties a crossbred specimen might possess. So, what say you all? Hmm. Hmm. If there is nothing else... Mr. President! Meeting adjourned. Please, sir! Something stinks. Anything? The man in the lab coat, head of R&D. We follow him. Okay. And then we kill the son of a bitch. Not until he's led us to Aerith. That's the plan. ... ... ... ... ... ... Schlampen-Söhnen. Und Tüchtern. What the fuck haben wir uns da gerade angehört? Alter. Ich kann nicht beschreiben, mit normalen Worten, was Hojo für ein Mensch ist. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich hätte niemals mit so einer Reaktion gerechnet. Ich weiß, was er ja für einer ist, aber das hat mir nochmal gezeigt, so. Das ist wirklich der, der erscheint dieser, wie damals, wie damals 1997. Genau der gleiche Wichser von damals, Alter. Noch viel, viel schlimmer sogar, Alter. Als du da gelehnt hättest, damals 1997. Warte mal, hab ich nicht mehr gelehnt. Was so vor. Holy shit. Walking the halls of this very building, who would have believed it? term damage. Let's go. Right. Oh mein Gott. Was mir in der Cutscene noch aufgefallen ist, was er eigentlich noch mit... Das ist der Wichser. Hast du schon gesagt hat, den gerade, oder? Nicht in der Cutscene hab ich's gesagt. Okay, ich dachte was anderes noch. Ich darf's halt nicht sagen, ne? Ja, ist klar. Die das nicht wissen, aber... Guck Grayscore nach dem Spiel, by the way. Am besten spielt ihr jetzt nach dem Spiel, nach dem Let's Play. Guckt durch... Oder... Gucken oder spielen, je nachdem. Walk-Up. Ich würd lieber gucken. Ich würd lieber gucken. Eigentlich schon, ja. Guckt nach diesem Let's Play... Final Fantasy 7 Crisis Core für die Playstation Porto. Ich meinte eigentlich eher das Original erst mal. Ach so, das Original verstehen. Wir machen mal weiter. Das Original geht ja noch weiter und hat andere... Ja, das stimmt. Es ist schon wichtig, alles eigentlich zu sehen, bevor man das zu Wort verstehen kann. Und dann noch den Film. Und dann noch den Film. Der müsste zweimal, weil er ziemlich gut ist. Hier haben wir jetzt ein Restroom, ich würd sogar sagen... Wir beenden den Party, weil der letzte Part wieder 80 Millionen Jahre lang war. Ja, schau, gute Idee. Auch vorher ballen wir noch ein bisschen Schnäppchen. Und wir haben nicht genügend Geld, wir sind arm. Wo hab ich mein Geld verloren? Was beklaut? Ah, ich? Ich weiss es nicht. Ach so, wir haben noch... Ah, stimmt, wir haben noch die Typen 10.000. Hatten wir nicht davor auch richtig viel? Ja, wir hatten noch 20.000 oder 10.000. Hast du ihm noch auch voll viel ausgegeben, weil du alles haben wolltest? Ach ja! Ja, wir haben alles jetzt. Kannst du irgendwas verkaufen, irgendwas doppeltes? Ein paar Gegengifte oder so? Die wir eh nicht brauchen. Irgendwas ungewichtiges. Ja, ich such gerade. Warte mal. Das haben wir alles... Nur ein einziges Mal. Verkauf mal. Das bringt trotzdem alles nix, Alter. Remedys brauchen wir gar nicht so viele, oder? Phoenix Federn. Boah, da ist schon. Ey, wir haben echt... Ich hab mich nicht weiter spoilern lassen. Ich weiß nur, dass man im Harten-Mode komplett nicht... Ich hab mitten drin ein Kapitel gemacht, weil ich das machen würde auf Part-Mode. Wegen was nochmal? Weiß gar nicht mehr. Aber sag nicht zu viel jetzt, ne? Ich hab selber nicht gespielt viel. Nur am Anfang. Also nur ab. Irgendein Kapitel besagt. Gut. Mehr Geld haben wir eh nicht. Warum auch immer. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Schaltet ein und dann werden wir wahrscheinlich Hojo begegnen. Macht's gut auf euch auf. Bleibt clean und wir sehen uns beim nächsten Part von Final Fantasy 7 Remake. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt clean und Hojo. Until next time. Ciao.